Herzlich Willkommen zur mittlerweile schon 18. Folge von Trains number 2 zusammen mit Tobi. Hallo, moin moin. Ja, wir sind, nachdem wir jetzt ein paar Mal auf der Dresden-Resa unterwegs waren, mal wieder auf der Dresden-Chemnitz unterwegs. Und zwar fahren wir heute eine S3 von Dresden nach Tarant und folglich auch wieder zurück. Denn nur von Dresden nach Tarant fahren, das ist ein bisschen kurz. Deswegen. Da hier bei der Dresden-Chemnitz die Doppelstockwagen jedoch nur im DB-Regio-Design vorliegen, habe ich das jetzt einfach mal im kompletten DB-Regio-Design gemacht. Ich könnte auch alternativ auswählen, dass ich den Doppelstockwagen von der Dresden-Resa nehmen möchte. Das ist ja ein VVO-Doppelstockwagen, die ja auch in der Realität auf der S3 fahren. Jedoch werden nur mein Steuerwagen im VVO-Design und der Wagen-Hinterwehr im DB-Regio-Design. Das kommt auch manchmal vor, weil teilweise werden auch bei der S-Bahn Dresden-Doppelstockwagen durch DB-Regio-Doppelstockwagen ausgetauscht. Aber ich dachte, nee, da machen wir nicht mal so einen ganzen DB-Regio-Zugverband, auch wenn eigentlich VVO-Dostos da drauf fahren. Aber ihr kennt es ja, Duftel-Games und das Bisschen-Faul-Sein. Eineinhalb Kilometer? Ja, bis Dresden-Plauen, das dauert einen kleinen Moment. Wir müssen erstmal durch den gesamten Abschelbahnhof von Dresden-Altstadt quer durchfahren. Deswegen, das dauert einen kleinen Moment. Aber die Regelfahrzeit beträgt sogar fünf Minuten von Dresden-Hauptbahnhof bis Dresden-Plauen oder irgendwie so war das. Deswegen, ja. Jetzt ist es ein bisschen dämmrig, deswegen... Licht... Ja... Ja, jetzt. Also, bengt dran, wenn ihr Zug fahrt, dann müsst ihr immer, in der Dämmerung, dann müsst ihr immer das... Licht einschalten Richtig damit ihr seht Ich dachte, das wäre noch ein bisschen heller draußen Also da fahren wir jetzt in die Nacht rein Hoffentlich ist noch nicht allzu dunkel Wenn wir wieder in Dresden auf und auf ankommen Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass ich dann doch schon Komplette düster sein, wenn wir wieder zurückkommen Ne, ähm Ich habe mich dazu entschieden, dass wir einmal Hin und wieder zurückfahren Denn die S3 ist Dresdens kürzeste S-Bahn-Linie mit einer Fahrzeit von nicht, von ungefähr 25 Minuten, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger. Ich glaube, es sind 24 Minuten oder irgendwie so war das. Und ja, die nur im Stundentakt fährt, die überschreitet sich mit der Regionalbahnlinie 30 und wird mit der zusammen, also die fährt auch stündlich und mit der zusammen bildet die halt eben zwischen Dresden und Talrand einen Halbstundentakt. Und dadurch, dass ihr eben nur stündlich fährt, diese S-Bahn-Linie, benötigt es auch tatsächlich nur einen einzigen Umlauf. Das heißt, wenn wir wieder in Dresden Hauptbahnhof angekommen sind, dann wird es nicht ganz eine Stunde später sein und dann könnten wir direkt die nächste Fahrt nach Talrand unternehmen. Das heißt, es gibt nur einen einzigen Umlauf, außer zur Hauptverkehrszeit. Da wird die S3 verstärkt, also die S3 und RB30 zusammen auf einen 15-Minuten-Takt verstärkt. Dadurch fahren drei S3 pro Stunde. Und die Regel S3, die fährt dann weiter bis Freiberg-Sachsen und nur die Verstärker S3 fahren dann bis Talrand. Deswegen, wobei das aktuell auch gerade nicht der Fall ist, weil das hatte ich in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt, wird ja aktuell hier zwischen Dresden Hauptbahnhof und Dresden-Plaun werden da gerade so ein paar Brücken neu gemacht, außer wird der Halt in Dresden-Plaun auch neu gemacht, weswegen man zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Freital-Potsch-Appel aktuell nur eingleisig fahren kann, was natürlich die Trassenkapazität ein bisschen einschränkt, weswegen die Verstärkerfahrten einfach keine Trassen haben. Also da gibt es keine Kapazität, dass die noch verkehren können. Deswegen fallen die noch bis ins nächste Jahr irgendwann hinein aus, wenn mal das Ganze fertig gebaut wurde. So, ich glaube, wir sind hier sogar 70 angesagt. Hier haben wir nochmal ein Schild für die 70, aber da müsste ja noch vorne schon mal ein Schild gewesen sein. Das habe ich jetzt nur ganz übersehen. Nächste Station Dresden-Plaun Ausstieg links Das ist immer noch eine Railpool BR 146 abgestellt und noch eine Doppelstock-Wagen-Garnitur. Übrigens geschoben werden wir heute von einer Baureihe 143 Das erkennt ihr vielleicht auch daran, dass... Ich glaube, du wolltest weniger labern als die letzte Folge. Und längere Pausen veransagen lassen. Ich will doch. Die Anzeige war lang. Also die Pause war lang genug für die Anzeige. Das ist nicht überhaupt überhaupt nicht so öffentlich. Ich möchte dich nur dran erinnern. Ja, ist gut. Danke. Das ist... Ich versuch, was zu denken. Sagen wir es so. Wo war jetzt schon geblieben? Keine Ahnung. Du hast ein paar Züge beschrieben, die an der Seite standen. Mit Doppel... Ja, da wollte ich doch immer was sagen und dann... Ja, wie auch immer. Dann war es halt nicht so wichtig. Ja gut, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. So, da vorne sehen wir jetzt mal Dresden-Plaun. Wo wir versuchen nochmal, pünktlich anzukommen. Wobei es auch schon ein paar Sekunden... Aber gut, die sind noch in Ordnung. Ein paar Sekunden Verspätung. Ja. Solange du den Zug schon in den Bahnhof einfahren siehst, ist ja alles gut. Eine halbe Minute Verspätung haben wir. Davon war ich jetzt einfach zu stark gebremst habe. Direkt. Wie viel ist denn hier los? Ja, in der Realität ist hier nicht so viel los in Dresden-Plaun. Also, jedes Mal, wenn ich in Dresden-Plaun war, war ich nicht so viel los. Na, ist sogar nicht so spät. Das ist 17.45 Uhr. Ah, wobei, ja. Das ist doch erst drei Viertel sechs, also... Oh, das ist schon ein bisschen viel, was hier los ist für die Realität, tatsächlich. Also, wenn ich hier war, dann standen vielleicht pro... Äh, ich wollte das Makrofon mit denen hier die Fahrgasttüren schließen. Dann stand hier pro Richtung vielleicht... ...hier Leute am Bahnsteig. Also, echt nicht viele, also... Dresden-Plaun sitzt wirklich nicht der bestbesuchteste S-Bahnhof von Dresden. Na? Jetzt zieht er. So, auf geht's weiter. Aus Dresden raus nach Freital-Rhein. Na. Na, wahrscheinlich doch eine eher nächtlichere Fahrt hier. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir können auch mal bei Nacht fahren. Ist ja nicht schon öfters schiefgegangen bisher. Ist ja noch nie schiefgegangen. So, ich stelle mal die Witzensignale auf Fernlichter. Deswegen. Ach, genau, was ich von sagen wollte. Wir werden von 143 geschoben. Das erkennt er daran, dass die... ...nicht so gut darin ist, ja... ...Beschleunigung oder Bremse, also nicht der gegeben habe, wieder abzubauen, wenn ich sie dir wegnehme. Deswegen hat sie jetzt auch gerade gesehen, wenn ich hier... ...oder auch aufzubauen, braucht ihr auch einen Moment. Ihr seht das. Und wenn ich jetzt hier wegnehme, dann... ...das dauert einen kurzen Moment, ehe die da mehr runter geht. Deswegen. Ist hier halt eben das Wichtige, dass man da... ...ähm, auch gut drin bleibt. Weil, also... ...die 143, hatte ich ja schon mal gesagt, die an sich zu steuern, das ist schon ganz nett. Aber wenn man die so indirekt hier drüber stört, das ist nicht gut, weil... ...diese, diese Doppelstocksteuerwagen, die sind für so eine Lok und... ...für der Fahrverhalten nicht ausgeleckt, also... ...das, das Fahrverhalten von dieser 143 lässt sich am besten mit diesem Tempomaten, ne... ...also dem Geschwindigkeitsregler, der ja direkt eingebaut ist, am besten steuern. Und nicht hier so mit so einem normalen, ähm, Steuerlegungshebel, wie man halt eben aus jedem anderen Zug halt auch kennt. Und bei dieser 143, eh so wie diesem, ähm, Geschwindigkeitsvorwähler schon ganz gut gemacht. Und dadurch lässt sich am Zug auch relativ bequem steuern, was hier halt eben eher weniger der Fall ist. Deswegen bin ich, also wenn es um Lok so geht, dann ist das von dem, was ich kenne, hier, ähm, Steuerwagen und 143, doch schon eine recht komplexe Kombi. Nächste Station, Freital-Potschappel, Ausstieg links. Na gut, dass wir den bespläunigen hier, hat sich jetzt auch nicht mehr gelohnt. Er kann schon mal auf die erste Bremsstellung gehen, aber ich lass mal ein bisschen... Ich muss ja nicht zu früh bremsen. Ich muss ja nicht verspätet ankommen. Aber das hatten wir ja auch in der, äh, Regionalbahnfolge, wo wir auch drüber philosophiert hatten, wegen Freital-Potschappel, Freital-Potschappel. Jetzt habe ich es gerade gehört, wie ich damals meinte, in der DB-Ansage sagen sie auch, Potschappel. Nur in den neuen Ansagen der Mitteldeutschregelbahn, da sagen sie Freital-Potschappel. Neuerdings, ich weiß noch immer nicht, was richtig ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ob dieser Freitaler Stadtteil Potschappel oder Potschappel heißt. Wir wissen es nicht. Bis dahin werde ich ihn weiter Potschappel nennen. Naja, halben Blut haben wir weiterhin. So, hier aufpassen, weil Köln nicht ganz bis zum Ende des Bahnsteigs fahren. So viel weiß ich schon aus meiner Erinnerung. Weil nämlich da die Netzmeter des Bahnsteigs mit einem Zaun abgesperrt sind. Die Leute somit nicht ein- oder aussteigen könnten. Wir müssen den Lösen und einmal Kopf aus dem Fenster raus. Ah, jetzt wurde ich gerade... Das hatte ich aber letztes Mal schon angespielt auf das Bahngebäude, das ich da so schön fühle. Da wollte ich es noch mal zeigen, aber... Hier sieht man echt... ...vergrund des Lichtmangels. Fenster zu. Und auf geht's. Wir sollten es aber auch gut sputen, weil... Wir sollten wirklich keine Verspätung aufbauen, weil... Also in der Realität beträgt die Wendezeit in Tarant, glaube ich, sieben oder acht Minuten. Also recht human. Hier im Spiel, weil das Spiel hat ja leicht abweichende Fahrzeiten, weil... Das mit der Engine, die berechnet die Fahrzeiten da irgendwie so selber teilweise und... ...nehmt da nicht die Originalfahrpläne immer. Warum auch immer. Dadurch ist die Wendezeit nur so drei oder vier Minuten tatsächlich. Was so überhaupt nicht der Realität entspricht, weil... Wenn man sich mal Fahrpläne anschaut, bis sie genau schon wieder so... Wenn ein Zug irgendwo wenden oder Kopf machen muss, dann sind da immer mindestens sechs Minuten eingeplant. Ich hab's einmal in einem tschechischen Fahrplan erlebt, da waren nur fünf Minuten eingeplant. Aber ansonsten, denke ich, immer sechs Minuten. Nächste Station. Freital-Däuben. Wenn ein Zug in den Kopfbahnhof einfährt und dann die Gegenrichtung wieder rausfährt. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Zug auf seiner Strecke... Das passiert häufig am Fernverkehr. Dass der halt eben da nicht einfach durchfährt, sondern manchmal in einem Bahnhof einfährt... ...und dann in die gleiche Richtung wieder ausfährt, aber auf eine andere Strecke. Und einfach da halt eben Kopf machen muss. Also zum Beispiel ganz viele ICEs, die fahren ja... ...über Frankfurt Hauptbahnhof. Aber der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main, der ist ein Kopfbahnhof. Oder auch in Leipzig Hauptbahnhof, das ist genauso. In Leipzig endet eigentlich auch kein Fernzug. Die fahren eigentlich auch alle irgendwo weiter. Gut, einige enden, glaube ich, auch in Leipzig, aber einige fahren halt auch weiter. Zum Beispiel dann nach Dresden, ne. Und die fahren halt eben auch erst nach Leipzig ein und wenden dann halt eben. Deswegen. Und bei Regionalzügen habe ich bisher noch nie eine kürzere Wendezeit erlebt als seit 6 Minuten. Außer bei diesem einen tschechischen Fahrplan war es 5 Minuten, ne. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es ja irgendwelche Vorschriften vielleicht sogar in Deutschland gibt, dass es 6 Minuten sein müssen. Aber gut, man braucht ja auch ein paar Minütchen Zeit. Deswegen werden wir dann gleich in Tarant auch ein bisschen hetzen, ne. Also ich weiß, das Szenario in Tarant, das beginnt um Punkt 18 Uhr. Das heißt, die Abfahrt müsste dann 18.01 Uhr oder so sein. Ist ja der Realität aber auch so, da ist auch in Tarant immer kurz nach der vollen Stunde Abfahrt. Beziehungsweise in Dresden auch immer kurz nach der halben Stunde Abfahrt. Also im Großen und Ganzen die Fahrpläne schon realistisch gehalten. Also vor allem hier auf der Dresden Campus, auf der Dresden Riesa kommt drauf an. Bei der S-Bahn sind sie teilweise auch ein bisschen verschoben. Stellenweise. Aber größtenteils hält sich da der GameStar schon in die Fahrpläne. Und bei denen ich spreche, ich habe auch schon schnell erlebt, da mögen die Fahrpläne doch ein bisschen seltsam teilweise. So. Der nächste ist dann Freital-Heinzberg. Dann kommt noch Heinsberg-West und dann sind wir auch schon in Tarant. Und hoffentlich noch, boah, 18 Uhr. Aber aktuell schaut das mit der Pünktlichkeit ja noch recht gut aus. Da haben wir es beim Regionalbahn-Szenario mit der Ansage von der Mitteldeutschen Regiobahn. Da habt ihr es nicht gehört, weil da gibt es so eine Ansage nicht. Aber hier bei der DB-Ansage, die S-Bahn wird ja noch heute von der DB betrieben. Deswegen habe ich auch die DB-Ansage genommen. Da heißt es ja Übergangsmöglichkeit zu Schmalspurbahnen in Richtung Dippoldeswalde und Kurort-Gibbsdorf. Oder sagt es? Ne, ich sage nur Kurort-Gibbsdorf. Aber wie auch immer. Ist schon eine Weile her, dass ich die Ansage angesprochen habe. Das war jetzt auch nicht mehr alles. Und hier unten sehen wir auch den Schmalspurbahn-Bike. Ah, alles war ein bisschen spätgebremst. Ah, das sieht gut aus. Sieht sogar gut aus. Uh, das war noch fast eine Punktlandung. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Ja, guck mal, das ist doch super hier. Nur ein bisschen mit dem Führerstand so zwei, drei Meterchen zu weit gewollt. Hätsel ist das doch super. Jetzt sind wir wieder perfekt in der Zeit. Wir dürfen sogar noch eine halbe Minute warten, ne? Oh. Also, alles wieder aufgeholt. Ja, kein Problem. Wir werden Tarant schon glücklich ankommen. Aber wir überlegen, wenn wir noch von sechs Minuten Wartezeit ausgehen. Und nehmen wir mal an, dass... Das ist ja nachher 2,8 Uhr und abholst 1,8 Uhr 1. Das heißt, wir müssten dann spätestens 17.55 Uhr da sein. Das schafft man nicht, weil... Von einem schon bis Heidensberg West nochmal zwei Minuten. Und ich glaube, bis Tal nochmal drei Minuten oder so. Deswegen... Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Aber sehr klar, sechs Minuten ist schon ein realistischer Wert, finde ich. Also nicht nur... Gut, ist ja auch in der Realität so, ne? Es ist ein guter Wert. Weil du brauchst ja auch ein bisschen was. Du musst ja hier auf dem... Also hier ist man den gesamten Führerstand hier abgerüsten, ne? An sich. Gut, Stromabnehmer lässt du oben und dann fort und lässt auch den Zug weiter laufen. Aber du musst dann ja trotzdem hier erstmal alles zumachen. Das Wort ausschalten. Und auf der Gegenseite musst du dann auch alles wieder einschalten. Du musst dann auch noch rüberlaufen. Du musst dann vielleicht auch noch deinen Rucksack mitnehmen. Da alles... Deine sieben Sachen zusammenpacken. Sondern sofort deswegen. Da sechs Minuten doch schon ein sehr, sehr netter Wert. Nächste Station Freital-Heinzberg-West. Ausstieg links. Und gegen hier im Simulator, wo ich ja sogar noch ein bisschen weniger zu tun habe. Also wenn ich da teilweise zwei oder drei Minuten bekomme, dann muss ich echt hetzen, dass ich das schaffe. Das werdet ihr gleich sehen. Wie es da ist. Weil hier im Simulator ist es ja auch nicht nur so, dass du örtlich, wenn dein Zug abperrt, am anderen Führerschein sein sollst, sondern wenn das Szenario beginnt. Weil ansonsten übernimmt das ein anderer Lokführer automatisch. Und dann hatte ich das auch schon, dass dann Sachen verbuggt waren. Wie zum Beispiel, dass du selber den Zug gefahren bist, aber dass du selber nicht mehr die Türen steuern konntest, sondern die Türen automatisch auf den Zug gemacht wurden. Also wie das der Lokführer und dieser andere Lokführer und du gleichzeitig den Zug gesteuert haben. Und der immer die Türen hat ihm gesteuert und du nur fahren konntest den Zug oder so. Und das macht dann auch keinen Spaß beim Spielen. Ja, je nachdem, ob man jetzt weniger machen will oder mehr. Ja. So, jetzt mal eine Dreiviertelminute zu früh in Heinsberg-West. Das ist doch entspannt. Genug Zeit für alles. Gut, dass ich... Geht's eh... Okay. Ähm... Na, auch schon mit den Graffitis hier. Aber gut, dass ich uns da am Anfang ein bisschen gehetzt hab. Da sind wir jetzt wieder relativ gut dran, zeitlich. Können wir noch ein kurzes Kaffee-Präuschen machen, ne? So, wenn wir mal die Italik schauen, dann haben wir das dritte Gleis. Dieses Güter-Züch-Gleis. Züch. Züch. Ne? Ein guter Züch. Ich glaube, die nur hier sagen, Züge. Züge. Züge statt Züge. Okay, der ist aber... Das ist wirklich einfach ein anderer Begriff. Kann man da nicht einfach so. So, ne schnelle Einfahrt, oder? Alles ist der Regionalexpress. Doppelstockwagen. Ja, okay, ich bin doch verwirrt, weil die damaligen Zeiten, wo hier noch... Doppelstockwagen und die BR 612 und so gefahren sind, da... Da war ich noch... Gefühlt kleines Kind, dass ich keine Ahnung von Eisenbahn irgendwie andersweise hatte, oder je überhaupt mal hier lang gefahren ist. Vielleicht einmal... Irgendwann mal in den Ferien mit dem Großeltern mal kurz hierher gefahren nach Heinsberg, um dann mit der Schmarsch-Pobahn nach Poldeswalde hinter zu kutschen, oder irgendwie sowas, aber... Die Ahnung gab es euch auch noch nicht. Mittlerweile bin ich ja nur... Ich bin ja eigentlich nur diese... BR 1440 gewohnt, deswegen, also die 1440er. Die Coradia Continental. Deswegen verwirrt mich das da, weil ich denke, wenn ich Lok- und Doppelstockwagen sehe hier auf der Strecke, dann denke ich natürlich als allererstes an die S-Bahn, weil das das Einzige ist, was hier noch mit... äh... so fährt. Nächste Station... Tarant. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Dresden. Auf Wiedersehen. Ausstieg links. So, einmal unter die 65 kmh, dass wir in die 500-Hertz-Uberwachung einsetzen, dass uns da nichts mehr passieren kann. Wir kommen hier ganz in Ruhe noch ausrollen. Ihr seht das, 57,30, ich komme mal an, noch mal drei Minuten, nicht mal drei Minuten Zeit, um rüber zu laufen, beziehungsweise während ich die Türen aufmache, kann ich dann ja auch schon hier direkt alles abbauen mit. Deswegen, so, kann man sich die Ankündigung für 60 kmh, die dann hinter dem Bahnhof und Tarant gelten. Die können uns ja aber relativ egal sein, weil wir jetzt ja eh aufs rote Signal zufahren und dann hier am Bahnsteig 2 auch halten werden. Wie ich auch schon in den vorherigen Folgen, die wir hier auf der Karte hatten, schon erzählt hatte, dass Tarant eigentlich alle Züge, die hier über Tarant hinaus Richtung Freiberg und Chemnitz und so fortfahren, dass die eigentlich alle auf dem Gleis 1 halten, dass die alle rübergeschickt werden und nicht nur der RE, wie es hier ist, auch die RB, dass die da rüber aufs Gleis 1 fährt. Und dann enthält dann das Gleis 2 hier nur für die wendenden S-Bahnen gedacht ist, weil vor allem, wenn dann halt eben die Verstärker S-Bahnen dann noch fahren, dann ist es vor allem ein bisschen schwieriger, weil von der Taktung her sofort, weil dann ja mehr Züge, also zwei Züge pro Stunde sogar, das Gleis hier dann benutzen zu wenden und weiß ich auch nicht inwieweit, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch Fahrplanüberschneidungen geben könnte. Deswegen. Und wenn man hier die drei Gleise auch hat, dann kann man die drei Gleise auch schön nutzen. Und dann ist es ja einfach logisch, ein Gleis zur Wenden der S-Bahn und zwei Gleise eben, um in jede Richtung halt eben durchzufahren. So, rollen wir noch kurz bis zum Alte-Schild. Aber es war schon zu spät, weil ich zu langsam geholzt bin hier. Schlimm. Ja. So, bremsen, lösen. Das aus. Aus. Aus und rausnehmen. So, da kommt ganz kurz unsere Auswertung. So, überall pünktlich gewesen. Haben auch 7300 Punkte geholt. Seht, sie haben wir teilweise nicht mal die Höchststündigkeit erreichen können, einfach weil die Halte hier in Freital so eng hintereinander liegen. Das einzig Weitere, was wir uns mal zu fahren, ist eben von Dresden Hauptbahnhof bis Dresden-Plauen und von Dresden-Plauen bis Freitag-Potsch-Appel. Der Rest, der ist halt recht kurz. Deswegen, so. Wir wollen ins freie Spiel zurückkehren und nehmen uns hier diesen kleinen Computer. Ich dachte gerade rückwärts, wieder drinnen. So, und zwar. Blup. Dresden Hauptbahnhof. Da gehen wir auf Zugziel bestätigen. So, jetzt müssen wir halt draußen auch Dresden Hauptbahnhof dran stehen. Einmal die Sifa aus und die PZB aus. So, dann noch einmal. Licht aus. Na? Ne, Schlüssel hab ich gezogen. Oder? Fehlt noch was? Ne, es sollte nichts mehr fehlen. Muss nur kurz mal schauen. Ne, hier sind zum Schluss leuchtet genau so runtergefallen. Das ist genau heiß. Mal kurz weiter. Dann hier sehen wir auch S3 nach Dresden-Hauptbahnhof. So, das Abfahrtruf. Dann noch ein wenige Sekunden. Schnell einmal bohren die Lok. und das Wind ist 18, dass wir auch auf dem Stuhl hier sitzen, ne? So, Türfreigabe, Regler nach rechts. Dann Richtungswender nach rein. Dann, wir wollen hier die Zugpitzenleuchten anmachen. Hörerscheinzbeleuchtung auch anmachen, wo wir noch was sehen können. Dann einmal Bremsschlüssel drehen. Bremsen lösen. Die ist gelöst. So, die Tür einmal zumachen. Dann Sifa an, PCB an. Ah, 18 Uhr 2 ist hier Abfahrt. Gut, dann hier oben im Computer steht auch Dresden-Hauptbahnhof. Da gibt's eine Sachen, die sich hier am Computer hätten wir uns auch umstellen können, aber ich dachte, wenn ich da drüben schon direkt bin, kann ich auch direkt drüben umstellen, dass die Leute auch direkt schon einsteigen können, weil sie dann sehen, ah, okay, das ist der Zug, der als S3 nach Dresden-Hauptbahnhof dann weiterfährt. Und so, kann ich auch kurz rausgehen und kurz noch einmal überprüfen. So, hier mal die Zugspitzenleuchten. Kurz ans hintere Ende vom Zug sprinten zu schauen, von den Lichtern, das geklappt hat. Ah, hier leuchten noch die Fernleuchten, das Fernlicht ist noch an. Na gut. Meinst du, es ist ja nicht schlimm, wenn wir nach hinten ein Fernlicht noch haben? Was an? Weiß ich nicht. Ich mein, es kommt nur zu gedenken, Ihnen kommt mir zugegeben. Ne, es werden dann drei leuchten und nicht noch zusätzlich rote leuchten. Die Frage ist, ob du die roten leuchten siehst, wenn du den Fernlicht entgegen guckst. So. Wir sind immer noch an. Okay, dann wollen die vielleicht auch gar nicht ausgehen, die Lichter. dann leuchte ich sie an. Aber ich mein, ich hätte alles an Lichtern ausgestellt. Deswegen. Na gut. Dann. schließen. Was ist jetzt auch zu? So. Zugkraftwähler stellen wir auf die 70%. Dann fangen wir mal an mit 60 kmh, die wir nehmen sollten. Anakus befreien aus der PZB. aus dem Startmodus der PZB. Da sehen wir auch die 60 kmh, die uns angekündigt werden. Wir werden jetzt erstmal auf das Gegengleis herüber wechseln. Also, so ist jetzt gerade Gleis 3 war. Hier haben wir noch einen Gleis für einen Spitz, also einen Gleis über den Rhein fahren und wieder rausfahren kann. Also so einen wo man einmal den Zug kehren kann, so abstellen kann. Gibt ja so eine lange und eine kurze Zugwende, glaube ich, war das auch. Ach Gott. Allzu viel Zugtheorie kann ich da jetzt auch wieder nicht, aber eine kurze Wende war ja, wenn man es direkt am Bahnsteig macht und eine lange Wende ist, wenn man erst so einen Spitzgleis einfährt und dann halt eben wieder ausfährt. Das Ding ist und das Ding ist da. Irgendwas hat irgendwas hat tatsächlich mal gelesen und ja, dafür ist es so ein Gleis. Wie bei auf der S-Bahn Leipzig da, als ich da gefahren bin, bei der S6 an der Station Leipzig-Messe, da war ja Endstation, da sind wir auch in so ein Gleis aus reingefahren, sie sind aus dem Gleis rausgefahren, dann wo wir losgefahren sind. Deswegen so. Jetzt sind hier 120 Strecken Geschwindigkeit für uns, die wir noch nutzen können. Nächste Station Freital-Heinsberg-West Ausstieg links beziehungsweise auch nur 100 km Leckenschwindigkeit. So, wir sind spät angefangen zu bremsen. Hier bremst der nicht. bremst nicht. Bremse hier nicht. So sehr interessant aus. Ja, das ist jetzt wunderbar ausgefahren. Ich habe hier mit meiner normalen Zug Bremse gebremst, aber der Zug hat keine Bremskraft angelegt. Hast du vielleicht noch Gas gegeben? Nee, Gas hatte ich ja vorher extra ausgemacht. Das ist ja auch nicht mal Gas, das ist ja nur ein Geschwindigkeitswähler. Das heißt, ich kann mit dem auch bremsen tatsächlich, aber mit dem zu bremsen ein bisschen bisschen schwierig schwierig manchmal, weil wenn du bei dem nicht einstellen kannst, wie stark du bremsen möchtest, sondern sagst du einfach nur bremse auf 20 kmh oder bremse auf 0 kmh runter oder so, dann bremse da einfach. So, eigentlich muss ich jetzt beim Faltenstlatter mal anklingeln. Ja, die Bremse geht nicht. Na, ich muss bei dem mit anklingen, dass ich mal kurz rückwärts fahren möchte, weil wir sind ein paar Meter hinausgeschossen. So, für unsere Pünktlichkeitsbilanz hat das wir jetzt auch sehr schön. So, vor allem, weil ich jetzt auch keine Rangierleiter so habe, das heißt, ich sehe ja nicht immer, wie ich rangiere, wenn ich jetzt nicht in die Außenkamera gehe. Deswegen gehe ich da jetzt ausnahmsweise mal in die Außenkamera, damit ich auch sehe, wann ich bremsen sollte. So, da ist 10 kmh zum, na, ich bin mal 20 kmh. Ich werde mir irgendwann nochmal ankommen, aber zu schnell wenn wir jetzt auch nicht rangieren, ansonsten den Raumschick wieder in Gegenrichtung drüber. So, jetzt funktioniert die Bremse. Bremskraft, das ist ein bisschen Bc, da geht die Zahl hoch. Ja, aber nur, ne, nur auf 0,5. Die geht nur auf 0,5 hoch. Ein bisschen schwach. Das ist wahrscheinlich das, was das Problem vorhin war, die geht nur auf 0,5 also die extrem schwache Bremsleistung. Also die Notbremse raus? Ja, ja. Komm mal wieder zum Stehenzug. Dankeschön. So, links. Türen öffnen, dann einmal die direkte Bremse. Mit der Bremsen ist jetzt aber auch nicht das Wahre. Gut, also unsere Bremse funktioniert nicht. Cool. Auf Aus. Bremsschlüssel raus, wieder rein. Auf Lösen stellen. Ah. Türen fließen. Hm. dass wir Start übergeschossen sind, das ist jetzt nicht direkt meine Schuld, weil die Bremse weiß halt nicht, Gut, einmal Richtung Sender auf Vorwärts stellen und dann hier gelten 100 oder wieder im BZB Start Modus immer daraus direkt befreien bevor irgendwas zu Zwangsbremse so kommt und dann schaue ich mal ob ich ich probiere einfach mal mit dem Geschwindigkeitswähler zu bremsen sollte das auch nicht so klappen wie ich es mir vorgestellt habe dann muss ich die direkte Bremse nehmen nächste Station Freital Heinzberg Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Kurort Gipsdorf Ausstieg links so das ist ganz schön gebraucht weil solange der die Beschuldigung nicht abbaut kann ich leider auch nicht bremsen weil das Ding kann er eben nur entweder bremsen oder beschleunigen während wenn das hier noch immer dabei ist seine Beschleunigung abzubauen könnte ich parallel dazu auch eigentlich mit der Bremse bremsen also ich kann da kurz ausmachen die Bremse hier mal schauen ne ich bremse aber nur so ganz schwach weiterhin hm woher auch immer das kommen mag so brems doch mal ist doch kein Güterzug denkst du denkst du direkte bremsen lösen das wird eine witzige rückfahrt würde ich behaupten wollen schließen wollten mal wenn unsere zugbremse nicht richtig funktioniert und die anderen bremsen haben es auch geschafft hier das ende des bahnstecks zu fahren obwohl ich eigentlich schon ein bisschen eher halten ganz nett gewesen wäre ich weiß nicht wie das in realität wäre bei gestörter bremse wie man da fahren würde und nur mit 40 km fahren würde also auf sicht weiß ich nicht wenn ihr da was wisst schreibt es gerne in die kommentare nächste station freital däuben ausstieg links also ich habe doch nicht keine ahnung wie ich da also wie man deine realität umgehen würde mit so einer gestörten bremse ich versuche aber mal ich schaue jetzt mal ob das klappt mit dem nach farblang geschwindigkeit fahren und dann einfach jetzt vielleicht ein bisschen eher schon bremsen ich muss jetzt eh weil ich muss mal warten warum mal deine kilo Newton ab und dass er dann runter bremst das macht jetzt relativ zügig aber erst mal die beschleunigung abbauen ob ich damit zurechtkomme oder das war mal wieder eindeutig eindeutig zu weit rückwärts gefahren du du kriegst es noch hin irgendwann jetzt auch keine frage in zeitung mit der ich irgendwie ablernen kann was ich jetzt machen sollte oder so das ist ist natürlich warum also jetzt mit der zug bremsen die bremst doch gar nicht so um gottes willen das wird ne fort ich bin gespannt wie viel verspäden wir in dresden ankommen werden ich schätze ein bisschen zwei minuten also im letzten bahnhof hat man auch zwei minuten das war jetzt gerade also im letzten hat man auch zwei minuten jetzt haben wir immer noch zwei minuten also gut fast drei es geht mal schauen was schaffen weiterhin ja ich will jetzt nicht rückwärts fahren richtung ist wieder vorwärts ich überlege gerade ich jetzt mal als v max 60 rein heute mit die weitere fort aber mehr als 60 ich glaube da kriegt den zug nicht da habe ich keine kontrolle über den zug ausreichend zwangsbremsung jetzt hat eine bremskraft von 3,8 er sieht doch da an dass die notbremse läuft ja ok wenn ich notbremse reingemacht hab dann hat er eh immer ein bisschen dann hat er bremsen können nee wenn ich rückwärtsfahren wieder vorwärts schritte dann komme ich wieder im pzp start modus da ich habe natürlich die restriktion auf 45 kmh aus der ich mich befreien sollte was ich jetzt aber gerade unterlassen haben so jetzt aber nochmal haben sehr geehrte fahrgäste wie sie bereits gemerkt haben weist unser zugfahrt ein sehr auffälliges fahrfahren Dies liegt daran, dass es Probleme mit der Bremse des Zuges gibt, deshalb wird die Fahrt mit reduzierter Geschwindigkeit fortgeführt. Bitte beachten Sie die daraus resultierenden Verspätungen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wackeln aber grad schon ganz schön stark. Was ist das denn für ein Zuckeln hier, um Gottes Willen? Nächste Station, Freital, Botschaften, Ausstieg links. Wovon du nichts weißt. Es wär mir neu, wenn ich sowas eingestellt hätte. Ich werde jetzt gerade eine Anzahl gehört haben von der Zugbegleiterin. Die Frage ist, warum sich denn dieser Zug so seltsam verhält. Und warum der Lokführer nicht dazu in der Lage ist, diesen Zug ordentlich zu führen. Weil es ein Zugführer, wieso kann er nicht führen? Ja, weil seine Bremse kaputt ist. Ich verstehe ja nicht, warum die Bremse nicht funktioniert. Die Bremse hat noch nicht funktioniert. Und ich habe ja auch nichts falsch gemacht. Die Bremse drüben, klar, die habe ich dringelassen. Aber das war bisher auch nie ein Problem, wenn ich vorhin bin. Nicht dringelassen, sondern aktiviert gelassen ist, dass ich da drüben auch noch Bremse könnte. Aber die Bremse ist natürlich rausgenommen. Und selbst wenn die Bremse drin wäre, dann muss ja nur bedeuten, dass ich nicht fahren könnte, weil der Zug dauerhaft gebremst wäre und deswegen... Aber eigentlich... Ich erkenne kein Problem, warum die Bremse nicht funktionieren sollte. Also... Eigentlich ist Dubtec noch nicht dafür bekannt, dass sie Peeler beim Fahren von Zügen plötzlich so random ihre Szenarien einbaut. Also ich würde sagen, irgendwas ist da hier mit der Engine im Szenario gerade irgendwie nicht so ganz richtig. Aber egal. Ja. Ist nur die Lok ein Stück drüber gerollt. Aber das ist ja kein Problem. Wenn ich meinen Halt, der ordentlich ist... Aktuell haben wir zwei Minuten gespielt. Abendrum war fast vier... Minuten. Ja, ich würde sagen, also der Kollege in die Gegenrichtung, wenn der dann den Zug von sich übernimmt, der darf sich ein bisschen beeilen beim Aufrüsten drüben. Oh, ja. Weil wir mit der Verspätung ankommen. In der Realität ist die Wendezeit in Dresden-Hoppernlofer, glaube ich, auch ein bisschen größer. Hier im Spiel, glaube ich, auch ein, zwei Minuten größer oder so als in Tarant. Aber trotzdem. Wenn man damit zu spät ankommt, weil wir auch nur 60 fahren maximal. Dadurch wird natürlich unsere Verspätung jetzt auch noch größer. Ist ja logisch. Naja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht so die nächste S-Bahn erstmal ausfallen wird. Weil unser Zug jetzt erstmal in die Abstellung kommt und der, ein anderer Zug aus der Abstellung rausgefahren wird. Und dann erst, der jetzt mal eine S-3 dann ausfallen muss. Die nächste. Um die Bremsen zu retterieren. Ja. Beziehungsweise, dass die Garnitur erstmal aus dem Verkehr gezogen wird. Damit geschaut werden kann, was denn hier falsch ist. Und dann, vor allem die Lok hier wird, also der wird es hier wahrscheinlich liegen. Die Wagen, die sind da ja nicht wirklich für verantwortlich. Die können, die bremsen zwar, glaube ich, mit. Aber, die bremsen ja auch mit der Lok hin. Und so wenig Kraft, also so wenig Bremstrepp, die ausgeübt wurde. Also, wenn du die Lok bremst, dann wäre es wahrscheinlich schon mehr Bremskraft gewesen, als nur das bisschen. Deswegen würde man wahrscheinlich dann die Lok erstmal untersuchen. Und dann eine andere Lok hier verspannen. Oder an sich schon eine fertige Garnitur, die da irgendwo in Dresdall schon abgestellt ist. Einfach eine andere Garnitur nehmen. Also, eine Lok mit Hängern dran. Mit den zwei Wagen dran, das zusammen ist eine Garnitur. Genau, da würde man eine andere Garnitur einfach nehmen. Es gibt dir eben ein paar Ersatz Garnituren, deswegen. So, Ankündigung für 70. Naja, das wollte ich mir viel zu langsam, wenn dann hier noch 70 gelten. Gleich bald demnächst irgendwann. Gleich bald hier irgendwo. Naja, mittlerweile ist doch schon ordentlich dunkel geworden. Dann sehen wir noch ein bisschen die letzten Sonne strahlen. drüber scheinen. Aber gut. Aber hey, da passiert mal was Spannendes hier, ne? Im TSB 2. Deswegen. wir gehen. Einmal gemächlich hier durch die dunklen Plaunschen Grundrollen. Nächste Station Dresden-Plaun. Ausstieg links. So, ich würde sagen, gehen wir mal in die Auslastmotive. Ah, da ist die A-17 Brücke. Die haben wir gerade unterquert. Hier. Die Lichter. Wo oben die erste Klasse. Wo oben die zweite Klasse. Naja. Aber die Doppelstockwagen, die unterscheiden sich ja auch ein bisschen von ihrer Ausstattung. Je nachdem, ob es DVB-Doppelstockwagen oder eben hier DB Regio zum Beispiel sind. In DB Regio sehen wir, sie sind überall gestimmt. Während bei DVB-Doppelstockwagen, äh DVB. Während die VVO, DVB sind Dresden Verkehrsbetriebe, aber VVO ist hier der Verkehrsverbund. Und während die VVO-Doppelstockwagen an allen Türen, also an jeder Tür, unten einen großen Mehrzweckbereich haben. In der Mitte nur so, ich glaube, wenige Sitze. Ich glaube nur so 10 Sitze oder so haben. Deswegen. Und die ganzen Sitze sind dann eben oben in der oberen Etage. Und im Steuerwagen, da befindet sich oben in der Mitte eine kleine erste Klasse. Ich glaube, besteht aus zwei oder vier Vierersitzgruppen. Deswegen. Die auch immer unbesetzt sind. Weil, wer fährt bitte mit der S-Bahn erste Klasse, ne? Kann man machen. Der Business-Typ, der die zwei S-Bahn-Stationen fährt in seiner ersten Klasse. Vielleicht gibt es eine erste Klasse Monatskarte. Ne. Ich gehe mich ja nicht hoch. Ne, gibt es nicht. Aber schön, der Business-Typ, der seine zwei Stationen mit der S-Bahn in der ersten Klasse fährt. Anstelle mit seinem SUV, sondern wirklich S-Bahn fährt in der ersten Klasse, weil er sich denkt, so vier Minuten lang S-Bahn fahren mit der erste Klasse kommt vor. Das ist es, was man braucht im Leben. Letztlich besser, als wenn keiner die erste Klasse nutzt und auch besser, wenn er mit einem SUV fährt. Ja. Also daher. Ja. Einmal nutzt aber trotzdem die erste Klasse. So, ich komme jetzt noch ein bisschen zu spät zum Alten, aber ich komme zum Alten. Das ist sogar so, dass die Fahrgäste ein- und aussteigen können. Bravo. So, jetzt haben wir fünf Minuten Verspätung. Aber gut, wir sind jetzt auch ein ordentlich langes Stückchen mit 60 gefahren, obwohl man da eigentlich hätte 100 fahren dürfen, deswegen und 40 km haben oder nicht haben, das macht da nochmal einen Unterschied, aber ihr habt ja gesehen, wenn ich schneller gefahren bin, meine Bremsungen, die waren ja ein bisschen unberechenbar. Und jetzt schaffe ich es ja wenigstens noch so zum Stehen zu kommen, dass die Fahrgäste auch alle ein- und aussteigen können. So, Bremse noch lösen. So, daran soll ich vielleicht denken, ne? Sonst kann ich ja nicht losfahren. Und dann weiter geht's zum letzten Halt. So. Quer durch Drehsleischung. Hätte ich den Pornensleiten, dann hätte ich jetzt auch schön durchtelefonieren können mit so, hey, Lok will nicht, könnt ihr vielleicht schon mal eine andere Garnitur bereitstellen, dann müsste vielleicht gar nicht die nachfolgende S-Bahn ausfallen, sondern, keine Ahnung, im Kopfbahnhof unten in Dresden, da ist ja eh auch immer ein Gleis, äh, unbelegt. Je nach Fahrplanwechsel variiert das mal. Ich glaube aktuell ist es das Gleis 10, was unbelegt ist. Und, ähm, dass man da einfach jetzt schon aus Dresden eine Garnitur schon mal losgemacht hat, dass man eine Lokführer da hingeschickt hat, dass die Garnitur schon ruht, dass der halt eben auf Gleis 10, die schon mal abstellt und dass wir auf Gleis 10 halt eben jetzt ankommen und nicht auf Gleis 8, wo eigentlich, ähm, die S3 abfahren würde, oder so, dass er eben dann, ähm, ja, dann zwei S-Bahnen stehen und die Leute dann eben auf dem anderen Gleis aus- oder einsteigen müssten halt eben, deswegen, das könnte man dann, da könnte ja eben alles schön organisiert werden direkt, aber, ja, irgendwie steht Gleis 12, auch wenn ich von Gleis, äh, 8 geht, oder Gleis, ne, auf Gleis 9 müssten wir an. Viele Gleise viele Nummer. Ich weiß gar nicht, welchen Gleis, aber damals war es in 12, als die, ähm, Strecke rauskam, da war die Nummerierung in Dresden auf Bahnhof noch anders. Und das hat sich mit dem Problemwechsel 2020, ich glaube, da wurden die, äh, Gleisnummern neu gemacht, weil bis dahin hatten wir einige Gleisnummern, die fehlten, also wir hatten keinen Gleis 6, wir hatten keinen Gleis 7, wir hatten auch keine, äh, Gleise, äh, äh, warte, 14, 15, 16 hatten wir auch nicht. Also da gab es so ein paar Gleislücken und die hat man einfach geschlossen, indem man einfach dann nochmal neu begann, begonnen hat, äh, mit durchzählen. Sehr geehrte Fahrgister, Bedrohung für die Verspätung erreichen in Kürze Dresden Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug dort endet. Sie haben folgende Anschlüsse. Der A1 nach Sporseletz über Dresden-Neustadt um 18.29 von Gleis 6. DS1 nach Schöner über Heidenau um 18.29 von Gleis 13. DS1 nach Meißentriebischtal über Dresden-Neustadt um 18.30 von Gleis 14. DS8 nach Kamenz über Dresden-Neustadt um 18.35 von Gleis 5. Bitte beachten Sie, ob die Lautsprecher hier durchs Eichhörn an den Bahnsteigen geht. Nächste Station Dresden Hauptbahnhof. Übergangsmöglichkeit zu den S-Bahn-Linien 1, 2 und 8. Soviel zum Regional- und Fernverkehr. Einmal gelbes Signal mit Stummgasanzeiger. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Viel Dank für den heißen S-Bahn Dresden. Auf Wiedersehen. Nächster Dresden Mainstich. Alle Personen, die wir in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe. Ausstieg rechts. jetzt wird es witzig beim bremsen weil ich würde gern rechter ist umstehen kommen und keine bekanntschaft mit dem playbook machen wollen ist doch nett habe ich gehört ja aber lieb sein ich glaube die bachkiste finden ist nicht so angenehm wenn ich plötzlich mit dem playbook treffer was will ich jetzt können wir durch jeder das mit dem durch schuckeln deswegen würde gibt dann sollte ich vielleicht nicht nehmen und die bremse ich meine minimalgeschwindigkeit runter bremsen aber es sind nur fünf minuten verspätung ich glaube dann so 32 wieder abfahrt ist dann sollte es noch alles klappen würde ich sagen das ist ein bisschen eng mit wänden aber gut mit der lok wir jetzt eh nicht mehr losfahren wollen deswegen ja hier auf gleis also jetzige holzteil gleis 9 damals gleich 12 noch was ist hier gleich 13 das ist heute gleich 10 und das ist zum beispiel seit dem letzten fahrplanwechsel ungenutzt bis bis zum letzten fahrplanwechsel was gleich 6 was ungenutzt ist jetzt gleich 10 weil die züge die vor auf gleich 10 gehalten haben die halten jetzt auch gleich 6 weil warum auch immer hat sich jemand schon sinnvoll ausgedacht deswegen hätte man einfach hier auf gleis 10 die ersatz garnitur hinstellen können damit dann unsere garnitur einfach dann in die abstellung noch geschafft werden kann jetzt räumen um 5 km h hier rein dann sollte das doch eigentlich ganz gut gehen auch es zählt noch nicht weiter fahren das spiel hat ja ideen höch du hast zehn minuten meter zu früh gehalten na gut das gibt es ja manchmal so jetzt aber einmal nach das war zu weit gedreht einmal nach rechts und einmal öffnen das sollte gehen ich überlege gerade also überlegt ob ich ob es auch möglichkeit gibt hier nicht einsteigen anzumachen damit der zuge die abstellung kommt aber weiß gar nicht ob das einprogramm ist oder ob ich das einfach nur für schneller jetzt nicht gefunden habe aber das immer schon freitag 1 berg west direkt damit zu spät dann hier drei minuten vier minuten vier minuten fünf minuten und sogar sechs minuten verspätung in dresden hauptbahnhof na ja dafür dass man nur mit 60 km h also ab weil er träumt sogar mit 60 km h gefahren dafür dass wir ab da erst 60 kam nur mit 60 km h gefahren sind und der kaputte bremse hatten und nur eingeschränkt bremsen konnten lief es doch ganz in ordnung sollte ich vielleicht irgendwas dummes angeschnitten haben als die bremse nicht funktioniert hat oder soll es doch ein bug sein kommentiert einfach mal dazu was ihr davon haltet was menschliches versagen oder war es doch engine alias zug versagen schreibt seine kommentare und ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen und hoffe es auch in der nächsten folge einschaltet ja und bis dann tschüss tschüss tschüss